Und herzlich willkommen wieder bei einer neuen Folge Contrast. Ich habe jetzt den Fahrstuhl mal runtergefahren. Ich habe gesehen, dass hier hinten so ein paar Schatten sind. Ich versuche jetzt einfach mal was ganz Blödes. Einfach mal hier so und dann irgendwie da hochzuspringen. Ich hoffe, das klappt. Ich kann es dir nicht... Oh, super, wir haben es hoch geschafft. Okay, so kommen wir schon mal hier hoch. Jetzt mal gucken, was kann man hier? So, ich würde mal sagen, jetzt habe ich den Notstand aufgehoben. Oder habe ich den jetzt wieder angefangen? Ich weiß es nicht. Okay, jetzt kommen die erstmal in die dritte Etage. Ja, was mache ich jetzt? So, wir sind jetzt in der dritten Etage. Toll, dass er jetzt da offen ist. Ich bin sehr begeistert. So. Okay, er muss jetzt anscheinend ganz nach unten laufen. Aber was bringt mir das dann? Hm. Da. Upsala. Da kann ich auf jeden Fall nicht. Okay. Wir gehen also wieder hoch. Wir spielen wieder Mensch. Mensch, ärgere dich nicht hoch. So. So was hier wieder rüber. Hoppala. Jetzt war ich ein bisschen voreilig. Mann. Natürlich klappt es. Einmal klappt es nie wieder. Nein. Ah. Jetzt ärgere ich mich aber echt. Ähm. So, wir sind jetzt oben. Ich weiß jetzt noch nicht wirklich, was sich damit auf sich hat. Aber wir drücken einfach jetzt mal E. So. Okay, ist jetzt hier oben. Okay, dann muss ich wahrscheinlich hier. Okay. Da komme ich also nicht weiter. Oh. Macht der jetzt? Ah. Den kann ich also nur... E. Was soll mir das jetzt bringen? Hm. Ich weiß noch nicht, was mir das wirklich bringen soll. Aber okay. So. Oh, man. mal. Nee. Und wenn ich also da bin? Weiß ich nicht. Werden wir gleich sehen. Und wieder das Theater hier? So. Na. Dann mach ich das jetzt einfach. Ja, ich bin zu voreilig, ne? So, das hatten wir schon mal. Müssen wir mal gucken. Okay. Jetzt kommen die runter. Aber was bringt mir jetzt, dass die jetzt vielleicht auf einer unterschiedlichen Höhe sind? Darüber kann ich doch laufen. Also was bringt mir das, dass die beiden jetzt da ganz unten sind? Oder andere Frage. Wie komme ich bitte höher? Bestimmt so kommen, dass die drei übereinander hängen, aber ich weiß es einfach nicht. Bin ich ganz ehrlich? Ich mach jetzt einfach mal... So. Okay. Ich könnte also mit denen nach oben fahren. Dafür müsste ich aber vielleicht so ganz nach unten machen. So. Oder doch lieber so. Okay. Gucken wir mal, ob das die, das Rätselslösung ist. Weiß es noch nicht. Gucken wir mal. So, wieder hoch. Denn ja, unser Lieblingsspiel. So. Gut, so kommt man anscheinend leichter hoch. Aber wie komme ich jetzt da ganz schnell hin? Ich muss jetzt in geschwindiger Eile da hinten hin und den fährst du wieder. Ah. Okay. Also doch nicht so doof, wie wir denken. Komm nicht durch das Fenster rein. Okay. Ich muss anscheinend... Wenn hier so eine Tür ist, muss man hier immer durch. Uiuiui. Okay. Gehen wir mal hier außen rum. Oh. Nee. Gar nicht schön. Gar nicht schön. Jetzt muss ich wieder von vorne. Ähm. Ups. Okay. Das erste Brett hält also noch. Das zweite Brett sieht nicht mehr so schnell... viel aus. Das ist nichts. Okay, so nicht. Aber wie mache ich das bitte jetzt? Ich muss auf jeden Fall da rüber, dann rüber. Nee, ich weiß echt nicht. Jetzt ist das nächste Rät. Ich kriege heute noch eine Krise. Ich finde das so genial, muss ich ja echt sagen. Okay, wie komme ich jetzt da rüber? Ah, okay, ich muss auf ihren Fuß steigen. Okay. Ups, die Tür war zu. Ich weiß nicht, weil ich deine Meinung nach wie ein Highway sign. Nein, Johnny, nicht wieder. Du bist ein Karusel von brokenen Tränen. Du immer wieder und wieder und wieder. Niemand wird dich immer wieder lieb, wie ich, Kindle. Geh zurück. Nicht versuchen, mich zu besuchen, Johnny. Ich werde meine Gedanken. Du schützt mich? Ah, geh und schützt. Ich habe zwei Hosen in mir, wo du und Didi sind. Put noch ein bisschen in mir, mach ich mir. Was willst du mit Didi? Du bist sogar nicht ein realer Vater. Was, du denkst, Vincenzo ist real? All he ever gave Didi was her cute little nose. Ja, vielleicht bin ich nicht ihr real Vater, aber ich bin derjenige, dass sie ihre Köpfe hat. Ich bin derjenige, dass du zu Hause kamst, wenn du zu bleiben musst. Du hast ihn gesehen, dass er seine Gedanken verletzt hat. Er will nicht sein, dass er seine Vater. Er will nicht sein, dass er jemanden. Ich liebe dich. Jesus, Kat, was du machst? Mama, stopp! Was du machst? Nichts. Mama und Papa hatten ein kleines Kampf. Es ist nicht eine reale Runde. Es ist nur ein Spiel. Ja. Ja, es ist nur ein Spiel, Didi. Mama, sind Sie, dass Daddy nach Hause kommt? Didi. Bitte, bitte, dass Daddy nach Hause kommt? Er ist in ziemlich tief mit ein paar Menschen, Didi. Vielleicht sollte er gut mit ihnen zu machen. Right, Johnny? Vielleicht bin ich nicht gut mit meiner Familie. Vielleicht muss ich meine Familie zu machen. Johnny. Ja, Daddy braucht uns. Wenn das eine andere Runde ist, wird es nicht nur du und der Runde sein. Ich werde es nicht, das Runde sein. Ich versuche. I've missed you so much. Yay! Daddy's coming home! But he's not my real daddy. Ob das so gut ist mit der Mafia am Rücken? Glaube ich eher weniger. Haben wir zehn Minuten lang gebraucht, um diese Szene zu sehen. Auch schön. Ähm, ja. Bin jetzt ein bisschen überrascht. Okay. Erstmal scheinen wir Papa Ähm, ja. Wieder zu haben. Ich weiß, war nicht wirklich... Ich weiß, war nicht wirklich... Bis zum nächsten Mal. Ich weiß, was der Papa ist wirklich... Bist du siehst? Es ist wirklich so glücklich. Es ist ein wenig schwierig, scheint die Beziehung zwischen allen irgendwie zu sein. Ach nein, jetzt hat ihr Vater schon wieder was angestellt. Gibt's doch nicht. Oder ihr Ziehvater auf jeden Fall. Müssen erst mal gucken. Das, äh, nehmen wir erst mal mit, irgendwie ist die schon... Ähm. Im Schattenmodus zum Durchbrechen von... okay. Hm. Neue Lampe. Ui. Eine ganz schön kaputte Welt. In allen... In allen... In allen Sinn. Okay, jetzt sind wir im Zirkus. Hey, Vincenzo. Ready for our big night? People are really excited. You're gonna have to give them their money back. What? We're sold out. You haven't paid me. I got the money. We're selling out. You'll have it before the show. Even if you do, I can't perform here. Your circus is a disaster. It's coming together. Your puppet show about the princess is missing the princess. You've lost your hot air balloon. And where did you get that pirate ship? It is a broken down piece of junk. Come on, Vincenzo. It's opening day. There's always a few wrinkles to iron out. Look, I'll get it all fixed. No problem. Consider it done. All right. But don't think that I will be some sort of shiny bauble that lures people into your scrap yard. He's so mean. I'll get it fixed. I promise. Or I'm a dead man. I'm worried about Daddy. He always says it's okay. But those gangsters really hurt him. We have to fix the circus. So Daddy will be safe. Come on, it's this way. Okay. Wir spielen anscheinend auch nochmal, ähm, Reparierung. Wir machen jetzt hier noch alles ganz, ähm, ja. Am besten mit dem Vorschlaghammer reißen wir hier einfach alles ein und bauen neu. Ich glaube, das wäre viel besser. Aber das sehen wir erst in der nächsten Folge. Tschüss!